Die Gabe der Unterscheidung der Geister ist vergleichbar mit einem Frühwarnsystem. In Wirtschaftsunternehmen ist das mit Risikomanagement zu vergleichen. In Regionen, die häufig von Erdbeben erschüttert werden oder einen Vulkan in der Nähe haben, gibt es ebenfalls Systeme, die frühzeitig erkennen, wenn eine Gefahr droht. Gleichzeitig gilt es auch im Straßenverkehr oder in der Meteorologie und damit verbundene Wetterprognose. Die Frage, wie man Gefahren frühzeitig erkennen und damit potenziell Schaden abwenden kann, spielt eine enorme Rolle in unserem Leben, sowohl im alltäglichen als auch im geistlichen Leben. Was das alles mit der Gabe der Unterscheidung der Geister zu tun hat, erfährst du im heutigen Seminar, zu dem ich dich herzlich willkommen heiße. Das im Neuen Testament verwendete griechische Wort für Unterscheidung lautet Diakrisis in 1. Korinther 12, Vers 10 nachzulesen. Es kann auch mit Trennung, Entscheidung oder Beurteilung übersetzt werden. Paulus verwertet diesen Begriff häufig im 1. Korintherbrief. Eine sehr bekannte Stelle findet sich im Zusammenhang mit der Einsetzung des Arbeitmals. Der Apostel weist dort gewisse Geschwister zurecht, die nicht in der Lage waren, den Leib Christi richtig zu beurteilen und ihn für eine normale Mahlzeit hielten. Ich lese 1. Korinther 11, Vers 29. Denn wer isst und trinkt, ohne sich vor Augen zu halten, dass es bei diesem Mahl um den Leib des Herrn geht, der zieht sich mit seinem Essen und Trinken das Gericht Gottes zu. Der Text zeigt, dass Unterscheiden bedeutet, etwas differenzierter zu betrachten, dann zu prüfen und schließlich ein Urteil darüber zu fällen. Eine solche Aufgabe bringt eine hohe Verantwortung mit sich und dazu wie auch aufgefordert werden. Der Gebrauch der Gabe der Unterscheidung ist nicht gleichzusetzen mit der Beurteilung des Dienstes in den Geistesgaben selbst. Es ist richtig, dass auch der Dienst in den Geistesgaben, zum Beispiel der Prophetie, geprüft werden soll. Und das ist nachzulesen in 1. Korinther 14, Vers 29 oder in Thessalonicher 5, Vers 21, wo Paulus sagt, prüft alles, das Gute behaltet, und das ist in Bezug auf Prophetie gemeint. Doch geht es bei dem Charisma, der Unterscheidung meines Erachtens, um das Prüfen von Geistern und nicht von Geistesgaben. Gewiss ist es sehr vorteilhaft, wenn Geschwister, die zum Beispiel Prophetie beurteilen, auch über die Gabe der Geisterunterscheidung verfügen. Doch geht es hier um mehr. Ziel ist es nicht nur, das zu beurteilen, ob etwas vom Heiligen Geist oder von Menschen in eigener Regie weitergegeben wird, sondern ob man noch andere Geister sich mitteilen an dieser Stelle. Und das lohnt sich auf jeden Fall zu prüfen. Der Fakt ist, nicht alles Übernatürliche kommt von Gott. Es gibt die Realitäten auch böser Geister. Einige sagen, ach Johannes, du spinnst. Es gibt keine anderen Geister. Das ist alles Quatsch. Da sage ich mir, okay, wenn es alles Quatsch ist, dann die Bibel ist alles Quatsch und Gott ist auch Quatsch. Nein, liebe Freunde, es gibt auch verschiedene Welten. Darauf gehe ich noch intensiver ein. Die Bibel verschweigt sie nicht, diese böse Geiste oder unterschiedliche Geiste und verwendet für dasselbe Wort wie für menschliche Geiste oder göttlichen Geist, bezeichnet im Griechisch Pneuma. Pneuma kann für alle übernatürliche Wesen, wie auch für das menschliche, in den Leben stehen. Zum Beispiel im Neuen Testament als Geist Pneuma bezeichnet der Heilige Geist oder der Geist des Menschen. In 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 11 Denn genauso wie die Gedanken eines Menschen nur diesen Menschen selbst bekannt sind, und zwar durch den menschlichen Geist, genauso kennt auch nur der Geist Gottes die Gedanken Gottes. Niemand sonst, hat sie je ergründet. Es ist gut, dass niemand meine Gedanken lesen kann. Wie gut, dass ich manche Gedanken noch für mich behalten kann. Eines Tages sagt meine Liebe, erinnert sie mir, ach Schatz, wie gerne würde ich da mal deine Gedanken mal hören können. Er sagt, nein Liebling, danke. Mir reicht das, dass der Herr meine Gedanken kennt. Das reicht schon. Da habe ich schon genug zu tun. Manchen Gedanken würde ich lieber am besten nie gedacht haben. Also, aber dein Geist und mein Geist, wir selber kennen das. Und das Geist Gottes kennt auch uns, aber was in Gott passiert, das kennen wir nicht. Sondern er wird uns Offenbarungen schenken. Also wir kommen wieder zu dem Geist des Wesen. Erstmal streife ich das, und dann gehen wir intensiver darauf ein. Also, wir reden über die guten Engel. Es gibt gute Engel und schlechte Engel oder böse Engel. Erstmal die guten Engel und ihre Aufgabe. In Hebräer 1, Vers 14, Nein, die Engel sind alle nur Diener, Wesen der unsichtbaren Welt, die denen zur Hilfe geschickt werden. Das heißt, wenn wir Kinder Gottes sind, ich sage dir normalerweise meine Beobachtung, jeder von uns hat mindestens zwei Schutzengel, sagt man so im Volksmund. Das bedeutet, wir beten nicht die Engel an, wir beten Jesus Christus an. Und die Engel sind nur die dienstbaren Geister für uns unterwegs, um uns zu unterstützen, Kinder Gottes. Es ist gut. Und wenn du mal erlebt hast, was heißt, einen Engel zu erfahren, wenn er dich zu Besuch kommt, dann sage ich dir, das ist in der Bibel eine sehr vertraute Aussage, fürchte dich nicht. Engel sind keine Babys mit Flügelein, sondern mächtige Wesen, die erschaffen worden sind, um uns zu unterstützen. Nun kommen wir zu bösen oder bösen Geistern, Dämonen oder böse Geistern. In Apostelgeschichte wird das genau beschrieben, wie sie agieren. Im Kapitel 19, Vers 13 bis 16 lese ich, einige Juden, die von Ort zu Ort zogen und böse Geister austrieben, versuchten ebelfandst, den Namen von Jesu, dem Herrn, für sich einzusetzen. Sie gebrauchten dabei eine Formel. Ich gebete dir durch Jesus, den Paulus predigt, fahre aus. Sieben Söhne des Hohen Priesters Käfers gingen so vor. Doch als sie es bei einem Mann versuchten, der auch von einem bösen Geist besessen war, erwiderte der Geist, ich kenne Jesus und ich kenne Paulus, aber wer seid ihr denn? Und der Besessene stürzte sich auf sie und attackierte sie mit solcher Heftigkeit, dass sie nackt und verletzt aus dem Haus flohen. Also wir merken hier, es nutzt nicht, eine Formel zu nutzen, es kommt nicht auf die Formulierung an, nicht zitieren oder über Jesus zu reden, sondern er spricht von einer Beziehung. Sogar der Dämon sagt zu ihm, Jesus kenne ich, ich erkenne ihn an als Fürsten, als Gott der Allmächtigen. Paulus kenne ich auch, aber wer bist du denn? Wer seid ihr denn? Das heißt, auch hier der böse Geist weiß genau, auf wer er hören sollte, in wem er gehorchen sollte. Das heißt für uns, es kommt nicht auf meine Formulierungen an, sondern auf meine Gottesbeziehungen an. Es gibt auch Fürsten, gewaltige Weltherrscher. Im Epheserbrief Kapitel 12 beschreibt das Paulus oder streift das nur kurz. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen auf dieser Erde stehen. Später mehr über die verschiedenen Geisteswesen. Aber erst mal eine kurze Aufführung, welche Wesen es da gibt. Ich komme jetzt wieder zu Engeln, zu himmlischen Wesen. Und mal schauen, was das Wort Gottes über den Engel sagt. Klar, liebe Freunde, in diesem Seminar werde ich nicht komplett auf alle Wesen eingehen. Das mache ich dann später, wenn ich dann mehr bei mir im Unterricht ist. Also himmlische Wesen, Engel. Das hebräische Wort Malak und das griechische Angelos bedeutet beide Boten, Gesandten. Beide Worte werden in der Bibel unterschiedlich verwendet. Zum Beispiel erstens gewöhnliche menschliche Boten, also Menschen als Boten im Auftrag von jemandem unterwegs sein. Im ersten Buch Mose, Kapitel 32, Vers 4. Jakob schickte Boten zu seinem Bruder Esau, der in Edom im Land Seei wohnte. Also hier lesen wir in Bote, ein Engel oder ein Bote, ein menschliches Wesen Mensch als Bote für jemanden. Zweitens, Geboten Gottes, Propheten und Priestern. In Haggai 1, Vers 13 lesen wir, da ließ der Herr ihnen durch seine Boten, Haggai, sagen, ich bin bei euch. Das verspreche ich. Der Herr. Ich liebe solche Aussagen in der Bibel, wenn so ein Bote, ein Prophet oder Prophezeiender kommt und sagt, der Herr wird bei dir sein. Zwar in der Bibel ist das vorzufinden und dennoch ist es gut, von Menschen zu hören. Und so gebraucht Gott Boten uns als Menschen, die mit einer guten Nachricht betraut werden, um Menschen diese guten Nachricht auch zu bringen. Ab und zu kommen es auch andere Nachrichten, aber ich liebe auch meistens die guten Nachrichten. Ich weiß es nicht, wie euch so geht, aber ich liebe gute Nachrichten, ermutigende Nachrichten. Drittens, himmlische Gottesboten, Engel. Das gibt auch Gottesboten, Engel. Also Menschen, Propheten, normale Menschen, Propheten oder andere Menschen, die in Geistesgaben unterwegs sind. Und jetzt kommen himmlische Gottesboten, Engel. Die Engel stellen die Hofstadt Gottes dar und sind mit dem Lobpreis und der Betung Gottes befasst. Woher weiß ich das? Es steht in der Bibel, Psalm 29, Vers 1. Es gibt auch in der Bibel Seraphim, den Thron Gottes, umgeben von allen Seiten. Strahlen die ganze Majestät, Seraphim strahlen die ganze Majestät und Herrlichkeit Gottes aus. Die Cherubim sind hier ebenso einzuordnen. Seraphim, Cherubim. Was ist ihre Aufgabe? Die Liturgie, der himmlischen Gottesdienst, gehört zu den wesentlichen Aufgaben der Engel. Wir sehen das auch als Boten, die kamen und verkündeten die Gebote Jesu Christi. In Lukas, Kapitel 2, Vers 13 und 14. Mit einem Mal waren bei den Engeln große Scharen des himmlischen Heers. Sie priesen Gott und riefen Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Nun kommen wir zum Cherubim. Cherubim ist plural, kommt von Cherub. Hier werden die in der Bibel deutlich von übrigen Engeln unterschieden. Während diese als Boten des Herrn mit verschiedensten Aufgaben betraut und überall anzutreffen sind, erscheinen die Cherubim vor allem dort, wo Gott persönlich gegenwärtig ist und sich in seiner Herrlichkeit offenbart. Da treffen wir immer wieder neue Cherubims an, besondere Engel Gottes. Es gibt auch verschiedene Rangstufen, deswegen beschreibe ich sie in der Bibel. Rangstufe der Engel sind auch verschieden. Wir schauen uns zum Beispiel, gibt es Engel, Erzengel oder Fürsten? Und zwar, es gibt ein Michael, ein Erzengel, ein Fürst Michael. Er wird auch im Daniel-Buch erwähnt, im Propheten Daniel, Kapitel 10, Vers 13. Du kannst das so das ganze Kapitel durchlesen im Zusammenhang, um besser das zu erfassen. Ich werde nur eine Bibelpassage daraus zitieren. Aber der Fürst des Königreichs Persien stand mir 21 Tage entgegen. Also Daniel fastete und betete und da stand ihm ein Fürst dem Engel und Wege. Und siehe, Michael, einer der ersten Fürsten, kam, um mitzuhelfen. Und ich wurde dort entbehrlich bei dem König von Persien. Das bedeutet, auch die Engel konnten ihn nicht unterstützen, denn Daniel, weil die dämonischen Mächte ihm entgegen standen. Da kam der Michael, ein Fürst, und klärte das, damit Daniel auch weiter geholfen werden kann. Oder, wir nehmen auch den Erzengel Gabriel, in Lukas, Kapitel 1, Vers 19. Und der Engel antwortete und sprach zu ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und ich bin gesandt worden, zu dir zu reden, und diese gute Botschaft zu verkündigen. Auch hier sehen wir dann Gabriel, der ausgestattet ist, mit besonderer Autorität. Auch die Engel haben verschiedene Aufgaben, so wie Michael, sagt man ganz oft, sehr kriegerische Engel, oder er führt das Herr des Himmels an. Und Gabriel ist ganz oft Bote, die Botschaft Gottes vermittelt, der unter den Menschen. Aber ich möchte keine Engführung machen, denn die Bibel erzählt nicht alle Details über den Erzengel und ihre Aufgaben. Nun, ich komme wieder zu Engeln. Da auch die Engel mit Verstand und Willen entscheiden können zwischen Gut und Böse, konnte es dazu kommen, dass sie als gefallene Engel nicht mehr im Dienst Gottes stehen, sondern zur Gefolgschaft des Satans gehören. Also, wir sehen hier in dem Wort Gottes, wen stammt das überhaupt, das Böse? Einige sagen zu mir, Johannes, wen stammt das Böse? Die Frage habe ich mir auch immer wieder gestellt. Wenn Gott so gut ist und alles so prima geschaffen worden ist, wie kam es dazu, dass das Böse in der Welt kam? Und das können wir jetzt anhand des Wortes Gottes sehen. Die Engel wurden ausgestattet mit Willen und Verstand und sie haben leider sich falsch entschieden. Das sagt dann kommen wir später. In Judas 6, Judas hat nur ein Kapitel, deswegen Vers 6, und Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung verlassen haben, hat er zum Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln über die Fensternis gewarnt. Hier schreibt Judas über die Menschen, die, na sorry, über die Engel, die nicht in der Gegenwart Gottes blieben, sondern sich aufgelehnt haben. Also nochmal zum Ursprung des Bösen. Zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit rebellierte eines der besonderen von Gott geschaffenen Engelwesen. Es war Luzifer. In Jesaja wird er als glanzender Stern beschrieben. In Jesaja Kapitel 14, wird beschrieben über den Erzengel Luzifer, damalige Erzengel, und dann wird das um, weiter geht das auf die Fürsten der Menschen über. Aber es beginnt über, welche Herrscher herrschte über diese Menschen damals, und es beginnt mit dem Glanzstern. Beschreibt ihn. Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Son der Morgenröte? Wie bist du zum Boden geschmettert, überwältigende Nationen? Hier wird beschrieben, ein Machtwesen der himmlischen Welt, was Einfluss nimmt auf die Menschen in damaliger Zeit, auch in heutiger Zeit, später noch mehr. In Hesekiel wird deutlich, dass er einst ein Cherub war. Hesekiel beschreibt noch intensiver und geht einen Propheten Schritt weiter. Im Kapitel 28. Liebe Freunde, es lohnt sich wirklich, das durchzustudieren. Kapitel 28, Vers 14. Du warst ein mit ausgebreiteten Flügeln schirmender Cherub und ich hatte dich dazu gemacht. Du warst auf Gottes heiligem Berg, mitten unter feurigen Steinen gingst du einher. Also er war in der Gegenwart Gottes. Damit wird deutlich, dass Satan ursprünglich als ein in all seinen Wegen vollkommenes Wesen erschaffen worden war. Aber das war für ihn zu wenig. Und da merkt man schon wieder, Eifersucht und Neid stinken vor und er wollte Gott gleich werden. Er wollte nicht ein Erzengel sein, er wollte über allem stehen. Luzifer verführte später ein Drittel der himmlischen Engel in der Vonbarung 12, Vers 4. Mit seinem Schwanz fegte er ein Drittel der Sterne vom Himmel und schleuderte sie auf die Erde. Sie alle hatten einen freien Willen erhalten von Schöpfer Gott, nutzten ihn aber, um gegen Gott aufzubegehren. Uns werden nur wenige Einzelheiten, liebe Freunde, über diese Rebellion gegeben. Mehr kann der Bibel verschweigt über vieles. Sie endete damit aber die Rebellion, dass Luzifer bzw. Satan zusammen mit den Engeln, die sich seinem Aufstand anschlossen, aus dem Himmel geworfen wurde, kannst du zu Hause von Vonbarung Kapitel 12 durchlesen. So kam mal er auf der Erde, der sein spezieller Herrschaftsbereich wurde. Hier wurde er zum Fürsten der Macht der Luft und zum Gott dieser Welt. In 2. Korinther Brief, Kapitel 4, Vers 4. Der Gott dieser Welt hat sie mit Blindheit geschlagen, die Menschen, sodass ihr Verständnis verfinstert ist und sie den strahlenden Glanz des Evangeliums nicht sehen, den Glanz der Botschaft von der Herrlichkeit dessen, der Gottes Ebenbild ist, und zwar Christus. Und Luzifer war nicht alleine, sondern der Dämonen. Und wir schauen auch Ursprung der Dämonen, woher kommt das alles? Dämonen. Wenn auch das griechische Wort Daimonia im Allgemeinen Teufel übersetzt werden, so wäre es doch richtig Dämonen zu sagen. Es gibt nur einen Teufel, griechisch Diabolos, das heißt Satan. Die Wirklichkeit und die Persönlichkeit der Dämonen wird im Neuen Testament wiederholt beschrieben. Dämonen sind Geister, Satans Gesandte und sind so zahlreich, dass die Macht Satans praktisch überall wirksam ist. Also, ihr könnt euch noch erinnern, es sind Engel, sind die Boten Gottes, um uns zu dienen. Die Engel werden vom Allmächtigen Gott zu uns gesandt. Und Satan hat auf seiner Seite auch Engel, ein Drittel der Engel, weggeführt, verführt, und sie gebraucht sie als Boten, damit sie seine Bosheit auf dieser Erde ausleben können. In Matthäus-Evangelium, Kapitel 12, Vers 26 und 27, lesen wir, wenn, auf dieser Stelle wird Jesus unterstellt, dass er Satan mit der Kraft Satans austreiben würde. Und Jesus erwidert ihnen, wenn nur der Satan den Satan austreibt, liegt er mit sich selbst im Streit, also im Clinch. Wie kann sein Reich da überhaupt bestehen? Und wenn ich Dämonen tatsächlich mit der Hilfe von Beelzebul austreibe, mit wessen Hilfe treiben denn eure eigenen Leute sie aus, fragt sie Jesus. Und diese Dämonen, diese Boten des Satans, haben eine Möglichkeit, in Menschen und Tieren einzugehen und sie zu beherrschen. Das können wir im Neuen Testament klar nachzulesen. Ein Beispiel dazu, nur ein kleines Beispiel, Markus 5, Vers 12 und 13. Lass uns doch, sagen die Dämonen, lass uns doch in die Schweine fahren, baten sie Jesus die Dämonen. Jesus erlaubte es ihnen und die bösen Geister verließen den Mann und fuhren in die Schweine. Also, dämonischer Einfluss und dämonische Besessenheit, liebe Freunde, wird im Neuen Testament komplett unterschieden. Seid sehr vorsichtig, alles hinter jedem Busch an Dämonen zu sehen und alles zu dämonisieren. Ich komme gleich zu einer Lösung. Es ist mir zu viel. Ich möchte nicht, dass wir uns fokussieren, nur auf die böse Geister, auf die böse Wesen. Und bitte nicht, alles ist dämonisch und nicht jeder Mensch ist besessen. Es gibt Belastungen, dämonische Einflüsse, aber sehr, seid vorsichtig. Besonders, bitte, achtet darauf, wenn Menschen auch krank sind. Seid vorsichtig mit schnellen Beurteilungen. Also, die Dämonen kennen Jesus Christus als den allerhöchsten Gott und erkennen seine höchste Autorität auch an. Das habe ich schon gelesen in Apostelgeschichte 19, Vers 15. Doch eines Tages gab ihnen der böse Geist, der einem besessen war, zur Antwort. Jesus kenne ich und wer Paulus ist, weiß ich ebenfalls. Aber wer seid ihr? Also, die bösen Geister, sie verfügen körperlich, sie können körperliche Krankheiten zufügen, Menschen, aber seid vorsichtig. Nicht jede Krankheit ist von Satan und nicht jede Krankheit ist von Dämonen beeinflusst. Bitte, wir brauchen beides. Wir müssen auch nachzudenken. Es kann sein, aber muss nicht sein. Mehr dazu könnt ihr in meinem Seminar über kranken Heilungen euch anzuschauen oder anzulesen. Besonders, andererseits müssen wir vorsichtig sein mit seelisch erkrankten Menschen. Sie haben schon genug Probleme mit sich, sie haben innere Ängste, einige hören innere Stimme und nicht alles ist von Satan. Ich habe persönlich so viel erfahren, wie Menschen, wie Christen Zerstörung angestellt haben, statt Heilung gebracht haben, weil sie alles verteufelt haben. Ab und zu sind Erschöpfungsdepressionen, Burnout ist da, wenn Menschen zu viel gearbeitet haben, der Nervenkostüm hält nicht aus. Es gibt auch Schizophrenien, es gibt so viele Krankheiten und es ist nicht alles von Satan. Liebe Freunde, wir brauchen Sensibilität und Liebe und Einfühlungsvermögen, wenn wir mit Menschen unterwegs sind. Und wenn sie sowieso Schwierigkeiten haben, müssen wir auch nicht jedem sagen, wenn wirklich ein Dämon dahinter stecken würde, müssen wir auch nicht jedem das mitteilen. Wir sollen Menschen schonen. In Matthäus' Evangelium, Kapitel 12, Vers 22, ein Besessener, der blind und stumm war, wurde zu Jesus gebracht. Jesus heilte ihn und der Mann konnte wieder reden und sehen. Was für eine Kraft hat der Herr, unser Gott, damals auch gehabt. Und diese Kraft stellte er uns, seine Kinder auch zu verfügen. Was stellen Dämonen noch an? Sie haben keine Ruhe, wenn du anfängst, ein geistliches Leben führen zu können. Dann fangen an, Dämonen gegen Gläubige in Krampf zu führen. Es nachzulesen, ist der Timotheus 4, Vers 1. Der Geist Gottes hat allerdings unmissverständlich vorausgesagt, dass am Ende der Zeit manche vom Glauben abfallen werden. Sie werden sich ihren führenden Geist dazu wenden und auf Lehren hören, die von dämonischen Mächten eingegeben sind. Der Satan wird im Neuen Testament nicht explizit als Geist bezeichnet. Allerdings lässt er sich ohne Frage zu den geistlichen Wesen hinzuzuzählen und wurde auch als solches in dem Wort Gottes verstanden. Mächte der Finsternis haben Kraft, herrschen die Verborgen und bringen sogar ab und zu Wunder hervor. Jesus und seine Jünger waren oft mit bösen Geistern konfrontiert, die in Menschen und durch Menschen wirksam waren. Apostel Paulus und die Wahrsagerin. Wir schauen mal, was geschah zwischen diesen beiden. Was spielte sich ab? Es gibt viele derartige Begebenheiten im Neuen Testament, die betrachtet werden könnten. Allerdings ist dieses Thema nicht der Schwerpunkt meines Seminars. Ich möchte gleich zu Ende mit dieser Ausführung über Geister kommen und komme zu einer Lösung des Allmächtigen Gottes. Und dennoch möchte ich das Erlebnis von Paulus nochmal aufgreifen an dieser Stelle und uns präsentieren. Als Paulus mit seiner Mitarbeit in Philippe unterwegs war, lief er ihnen langen Tag eine Wahrsagerin hinterher und schrie, diese Männer sind Knechte des Höchsten, die das Heil verkündigen. Ihre Worte waren zwar völlig richtig, doch Paulus erkannte den Wahrsagergeist in der Frau und befahl ihm, sie zu verlassen. in Apostelgeschichte Kapitel 16 Vers 16 und 8 bis 18 und sie wurden auf der Stelle befreit. Scheinbar hatte der Heilige Geist ein Frühwarnsystem bei Apostel Paulus aktiv. Könnt ihr euch noch erinnern? Zu Beginn sprach ich über Frühwarnsystem. Und obwohl die Frau im Grunde keine Lüge verbreitete und sie wurden keine rüge Rede weitergeben, dennoch hat Paulus sie gebremst und sie zu schweigen gebracht. Zwar verursachte er dadurch einen wirtschaftlichen Schaden bei den Gebitter der Frau, die mit der Wahrsagerei ihr Geld verdienten und wurde mit Silas dafür bestraft, der Paulus. Doch war dies letztendlich der geringeres Übel. Sehr wahrscheinlich bewahrte er die früher der Kirche damit vor weiteren Schäden. Denn hätte er das Wort dieser Frau anerkannt, respektiert, wogegen er auf den ersten Blick nichts dagegen sprach, weil die auch die Tatsachen weitergegeben hat, wenn er das bestätigt hätte, wahrscheinlich hätte er Tür und Tor in den christlichen Kreisen für diese Wahrsagerin geöffnet. Die meisten Zuhörer hätten das trojanische Pferd womöglich nicht erkannt, wenn diese Frau in einer Kirche aufgetreten wäre und dieselben Worte weitergegeben hätte. Außerdem war Paulus durch das Prüfen der Geiste und sein Herzens Handel in der Lage, die Frau zurecht zu bringen und dadurch ihr zu helfen. Und das war sein Schwerpunkt Menschen zu unterstützen. Er entlarvte den bösen Geist, der dahinter war. Und der böse Geist ist ein Meister der Täuschung. Er versuchte Menschen zu täuschen. Und er stellte klar, dass Gott allein die Ehre bekommen müsste. Nicht der Satan und seine Dämonen, sondern die Ehre gebührt alleine Jesus Christus. Liebe Freunde, bei aller Sensibilität für die Machenschaften der Finsternis, lege ich deshalb großen Wert darauf, dass wir beim Dienst in der Geistesgabe in den Blick auf den Sieg Jesu Christi am Kreuz richten. In allem ihm allein gebührt die Ehre in alle Ewigkeit. Vor kurzem sprach ich eine Person an, die für mein Dafürhalten die Macht des Bösen übermäßig in den Mittelpunkt gestellt. hat. Ich sage dir zu, du bist dem Feind oder du gibst dem Feind zu viel Aufmerksamkeit. Das ist zu viel Ehre für ihn. Ehre, die er nicht verdient. Konzentriere dich auf die Möglichkeiten Gottes und nicht auf den Kampf und lass das Kampf beiseite. Wir sind nicht dazu berufen, militant zu sein, sondern wir sind berufen, den Sieg Jesu zu tragen. Wir leben und dienen im Horizont des Sieges Gottes, das muss uns bewusst sein. Gewisse stehen, Geschwister stehen dabei, nicht, nur stehen auf dem Kampf. Aber ich sage, nein, liebe Freunde, wir haben Kampf zwar im Leben, in Epheser 6, Vers 12 nachzulesen, aber wir sind auf Gewinnerseite, weil wir Kinder Gottes sind. Und im zweiten Teil werde ich mich diesen zweiten Möglichkeiten oder den Möglichkeiten der Unterscheidung, wie unterscheide ich das, wie nehme ich das wahr, wie fühlt mich der Geist Gottes intensiver darauf eingehen. Im ersten Teil wollte ich uns zeigen, welche Wesen gibt es überhaupt, ein bisschen Einblick zu geben und im zweiten Teil marschieren wir gemeinsam auf die Lösung hin. Wie können wir auch im Namen Jesu, in der Kraft des Heiligen Geistes auf Gewinnerseite und Siegerseite auch agieren. So wünsche ich Gottes Segen und freue ich mich bald euch wieder zu sehen. Und wir ein bisschen es haben